nein es macht doch nicht ja komm hört auf ich wohne sind wir 20 von 20 okay das letztes schaffen wir das schaffen wir stirb los er macht noch mal regen nein die runde first time gold medaille wir haben nur gold wir haben nicht platin schade 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 da waren wir wohl nicht so gut hätte ich mir aber auch denken können ok pick new level so und jetzt geht es wieder nach den normalen farm und ich glaube ich lass die auch medium die karte sieht mir nicht sehr erfreut aus weiß nicht ob ich sie spielen will nein ja okay wir sind oben ja wie spielt man ihn am besten ich habe keinen plan ich schicke sie alle auf die treppe wo ist meine vorne läuft alle auf die treppe ich weiß sonst nicht wohin oder warte da sie ja nicht feiern können aber ich habe ein los alle zurück alle zurück alle zurück los 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 nein alle zurück ganz schnell war toll betroffen ja die können hoch schießen bringt genau nicht viel schön okay vielleicht ist der plan doch besser mal hier oben erstmal eine schöne abwehr reihe eine abwehr reihe mit aktime oh mein gott schleich herum nein bloß nicht können uns ja mal ganz kurz die karte von oben ansehen sieht ziemlich toll aus besonders wenn man die untere reihe überhaupt nicht sieht aus wie schatten also in dem fall ist die karte echt irgendwie ein bisschen sinnlos also nicht ganz man kann sie schon zu hilfe gebrauchen aber für die untere reihe ist das echt mehr als ungenügend sage ich es mal so ok ich mache erstmal eine ganze reihe von krill die uns bei dabei helfen diese invasions aufzuhalten los 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 mehr 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 go 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 wir haben erst elf brauchen mehr 15 feuer auf sie das ist doch leicht also bisher wohl einer schon gestorben oder sehe ich das falsche da habe ich da gar keinen hingeschickt ich weiß es jetzt nicht da kommen jetzt die flammenwerfer muss auch sein aber einfach nur noch hier hin dann wäre am besten ok man kann momentan die nächste welle im prinzip schon einläuten weil ja hier kann man wieder richtig schön da so aber mal richtig geil los man kann ja mal sehen wie sie hochkleinern na 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 ich bin ein kleines kind und klärt er auch ui und da bin ich zerplatscht ui ja ja ich glaube einer meines geschehen ne ist doch nicht dann ja doch den wollte ich ja eigentlich da hin schicken ah, was sollts Oh, oh, und jetzt wird's glaub ich abwärts. Ich dachte, er wollte jetzt da runter springen. Spinnt wohl, er weiß. Okay, versuch mich mal auf stärkere Einheiten aufzurüsten. Aber ich werde nicht Moti benutzen, obwohl das eigentlich meine Lieblingscharaktere sind hier. Also wegen seiner Waffe halt einfach. Ja, Ricky, jetzt kommt Ricky. So, damit haben wir schon mal sehr gute Karten. Würde ich jetzt mal behaupten. Am besten noch ein Vereisungstyp, damit die da langsamer werden. Ist mir auch schon aufgefallen, die werden nämlich dann langsamer. Da haben wir dann schon mal eine richtig gute Abwehr, die uns einfach keiner nehmen kann. Zieh du mal nach vorne. Nee, du bleibst mir da. Aber du feuert ja gar nicht. Feuer, Feuer, Feuer. Ah, Zeit. Ich glaub, der ist da ein bisschen displatziert. Dann mach ich das mal so. Pack da ein Moti hin. Dann holen wir uns jetzt noch einen Moti. Gut, gehst du da wieder hin. Ähm, ja. Also momentan sieht's gar nicht schlecht aus. Und die kann nur gegen die Decke werfen. Oder daneben schießen. Obwohl, die haben ja schon ein paar von uns gebraten. Aber es hält sich ja sehr stark in Grenzen, ne? Okay. Du kannst wieder nach vorne. Wutschi kommt. Da haben wir schon mal den nächsten. Wutschi. Oh, schön viele Raketenwerfer. Können wir uns auch gleich mal einen Laser Gunner holen. Ich schick den hier schon mal nach vorne. Vielleicht für den Laser. Ja, genau. Ein Laser Gunner. Wihihi. Dann schon mal den nächsten. Was haltet ihr denn von Highlight? Dann kann ich euch den Highlight jetzt auch mal zeigen. Oh, ich kann die nächste Welle einleuten. Oh, zu spät. Egal, was soll's. Äh, es gibt auch irgendwie Tastenkürze. Aber die habe ich gerade alle nicht im Kopf. Ich. Die nächste Welle habe ich schon mal gestartet. Nein, jetzt kommt Boss. Oh, verflucht. Hör auf, dass es regnet. Lass das. Das will ich nicht. Oh, 100 kostet der Heiler. Go, Heiler. Go, Heiler. Los. Go, Heiler. Ja, ein Heiler. Da könnt ihr jetzt mal den Heiler sehen. Der kriegt ein Feld und heilt alle meine Spieler, die verletzt. Das heißt zum Beispiel den da vorne. Verliert dadurch aber selber Leben. Äh, und wenn sein Leben aufgebraucht ist, dann, dann, dann stirbt er einfach. Der 250, also sehr hoch, sehr viel. Und ja. Mehr gibt's eigentlich zu ihm nicht zu sagen. Da schicke ich jetzt von denen noch ein paar nach vorne. Ich mein, wir haben hier genug. Paketenwerfer sind hier oben, platziert. Die Feuern auch brav von Treffen. Ach, da können wir jetzt einfach vorne los. Vorne. Einfach noch den Rest voll ballern. Oh, so und da kann man zoomen. Ja, das ist auch komisch. Bei manchen kannst du überhaupt nicht nah zoomen. Bei anderen, ja. Will ich sehen. Sie feiern. Sie feiern. Sie feiern alle. Juhu. Und unser Heiler lebt auch noch. Aber ich frag mich grad, wo der ist. Da. Yay. Wir haben Platin sogar. Juhu. Was will man mehr? Okay. Pick new level. Das nächste. Ich behalte mal jetzt die Farm. Pyramidium. Medium. Mh. Ich bete jetzt einfach mal darum, dass ich da oben bin. Wenn ich da unten bin, dann häng ich. Aber kenn ich die? Habt ihr nicht schon? Ich glaub ich hab die schon mal gespielt. Aber in Endless. Mal sehen. Oh. Vier. Ja. Jetzt kommen nämlich gleich vier schon. Aber sie kommen nicht immer alle gleichzeitig. Es ist unterschiedlich. Wie sie. Gut. Ja. Aber die Karte kenn ich schon. Da gibt es nämlich jetzt auch Päckchen, die ich sammeln kann. Muss. Sollte. Im Übrigen so sieht die Karte aus. Einfach die ganze Zeit nach unten gehen. Halt wie ne Pyramide. Ne. Was soll ich dazu sagen. Es ist eine Pyramide. Eine Pyramide. Genau. Und diese Päckchen. Die können wir uns jetzt sammeln. Ich weiß zwar nicht genau was sie bringen. Hier kommen dann immer solche Felder. Die kann ich benutzen. Als rote weiße. Das ist Damage. Da werden sofort so viele. Falls alle Spieler halb verletzt oder sogar getötet. Das ist das.